Der HAARC 79 GT ist ein Dauerbrandofen mit der ECO Plus Feuerungstechnik. Die Verkleidung kann wie hier mit Kacheln in verschiedenen Farben oder mit Speckstein erfolgen. Neben der offenen Holzlege hat der HAARC 79 GT ein Warmhaltefach über dem Feuerraum. Über der Holzlege sind die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten frei zugänglich. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017